Ja ja ja, jetzt haben sie kraft die Ausländer mit den chinesen. Und da kommt um die Wandermeier bei Oktoberfest ab und gesagt, die Deutsche und die Müsse und die ganze Umwelt und die Wirtschaft. Weißt du was das bedeutet? Ja gut, da kommt um die Hocken und da war eine Fischefrau, wie er hat und die Schütze. Und da kommt um die Wandermeier, und da kommt um die Wandermeier und da kommt schon mal ein Einbruch in der Stille, Das ist immer Saft! Oder wie kommt ihr auch vorbei? Was machen wir in den ganzen Ausländern? Mit dem Corona? Aber warte mal, das letzte Mal 1873, das warte du gar nimmer Das warte du gar nimmer Also das letzte Mal Ich hab das Oktoberfest abgesagt 1873 Und da kommt Kulera Und dem Adolf Und dem Adolf hätt ich das Oktoberfest nicht gesagt Ah ja, komm Ja ok, um 2345 wird das Problem gegeben Aber in Zukunft Nächstes Oktoberfest 2021 Ich bin dabei! August Diller! Ich komm! Ich bin August Diller! Servus!